Heute wollen wir euch an einem konkreten Rechenbeispiel erläutern, wie eure individuelle Entlastung durch die Strompreisbremse berechnet wird. Das Rechenbeispiel orientiert sich an einem Durchschnittshaushalt in Jena mit einem Jahresverbrauch von 2000 kWh. In unserem Rechenbeispiel gehen wir von einem vertraglich vereinbarten Preis von 60 Cent pro kWh aus. 80 Prozent des Jahresverbrauchs aus dem Jahr 2021, in unserem Fall sind das 1600 kWh, sind mit einem Preis von 40 Cent pro kWh gedeckelt. Die Differenz vom Vertragspreis zum gedeckelten Preis beträgt also 20 Cent pro kWh. Damit ergibt sich eine Ersparnis im Jahr in Höhe von 320 Euro. Die werden gleichmäßig auf die Monate Januar bis Dezember verteilt, sodass sich euer monatlicher Abschlag um rund 27 Euro verringert. Trotz der Entlastungen gilt auch weiterhin, Energiesparen ist das Gebot der Stunde, denn jede gesparte kWh Energie ist am Ende die günstigste.